So, jetzt Kapitel 7, ins Leere, na dann, mal gucken wie lustig es wird, also Fraps hat zurzeit eine Macke, ich weiß nicht woran es liegt. Boah, Alter! Boah, Alter! So, jetzt bin ich auf der nächsten Sprecher zum Aufhören, da Fraps die Zeit ein bisschen dumm ist, ich weiß nicht woran es liegt. Okay, cool. Gut, dann höre ich jetzt erstmal auf hier jetzt und gucke dann, ob Fraps wieder irgendwann mal hangout. Also dann, bis zum nächsten. So, dann geht es jetzt also wieder weiter mit Dead Space, jetzt wollte ich schon sagen Left 4 Dead. Was für ein Fail gewesen. Ja, also was man sagen kann, jetzt funktioniert Fraps wieder. Ja, ich weiß nicht woran es liegt, aber jetzt läuft es auch wieder dementsprechend gut. Ja, was kann man sagen, gestern habe ich noch mir, also gestern habe ich noch Grindhouse geguckt, habe ich ja diese tolle Japan Edition. Und, ah, habe ich mir aber doch gleich demnächst eingezogen, das Ganze, und ja, was ist mir auch gefallen, Death Proof ist ja nur wirklich übel, also gekürzt worden in der Fassung. Und es ist auch ziemlich gut, dass Death Proof so gekürzt wurde, dann die ganzen sinnlosen Dialoge, die wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben, sind rausgenommen worden. Und das ist auch ziemlich cool. Deswegen, ja, und Planet Horror ist wie so der, mein Lieblingsfilm, 10. Und, naja, so ist halt, ne, sozusagen ein bisschen Small Talk gemacht. So, na gut, jetzt läuft wieder Fraps komischerweise nicht mehr so, wie es sein sollte. Klar ist es nur noch rum. So, was brauche ich denn hier, der Luftkönig ist der kleine Preis. Oh ja, boah, na nicht. Gut, okay. Na dann. Also, ich weiß nicht woran es an Fraps liegt, aber manchmal wirklich, wie man dieses Scheißprogramm eigentlich nur tönt. Ja, ja, simulatisch. Auf der Aufwärtsgrund ist das Schuss Unterdeck Offline, Eisberg. Ich werde versuchen, das System für Überbrückung. Das ist so was zugelassen haben in Deutschland, das wirklich. Ja, wo müssen wir denn hin? Nach unten, also, ne? Gut, ne, warum? Ja, nach unten. Boah, irgendwie. Ja, genau. Aufwärts hast du jetzt schon wieder, Alter, das Programm ist so zum kurzsten langer. Das Programm. Boah, boah, boah … Ach, jetzt hat es wieder sein Fenster, Alter? Ja, ja, nein, 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 nein. Ja, warum hast du denn da hingeführt, Isaac? Na kommt schon, ich mache noch mehr von euch fertig. Jetzt haben sie Angst. Ganz lange Fahrt, Mensch. Toll. Super. Ich muss also wieder nach oben. Ich muss noch mal wieder.